25 oder so? 25! Really? Das war's Lisa. 25 schon? Ich glaube 24. Boah, ich bin voll gut! Ah ja. Das ist die sechstens. Never. Never. Ich weiß nicht, so wie der sich benimmt, finde ich könnte er ja jünger sein als sie. Vielleicht so 22 oder so? Ich könnte mir vorstellen, dass er 24 ist, dass er jünger als Baby ist. Der ist schon einer der Hutsch, die alten Ladies! Da sag ich 25. 21. Ja, genau. Ein halb. 25 auch? Wäääh! Julian Bam ist glaube ich ein bisschen älter. Ich hab Ju vor, ich glaube 2014 kennengelernt. Da war der, ich glaube 26, also 30? 23, drei Viertel. Nee, der ist noch älter. 26, 28. 24, ein Viertel. 25. Aha! Hat sich aber gut gehalten. Hat sich aber gut gehalten. Ja, stimmt. Uh! 24 vielleicht? 23? Das weiß man gar nicht so genau. 26. Nee, bei Alter weiß ich, dass sie äh, 22 ist. Zwei... Niemals. Ähm... Nee, 23. Ich glaube, die ist genau ein Jahr älter als ich. Und hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Die hat am 11. April 1995 Geburtstag. Ähm, ich sage, die ist... 28. 20. What? Das ist nicht immer das Problem. Liften und Lippen aufspritzen, das macht dich gleich viel älter. Ich hab hier schon mal zum Geburtstag gratuliert. Deswegen, warte los. Ich hatte auch Geburtstag hatte. 32 oder so? Kaddi? 33. Mh... Uh, die ist schon ein bisschen älter. 26. 25. Sagen wir mal... Ich glaube, 26. 27? 25. 28. 32. 29. Hast dich gut gehalten, Kaddi. Ach du Scheiße. 23. Dagebi, ähm... Uh, Dagebi, äh, 24. Mitte 20. 25. Wollte ich auch sagen. Sag ich 25. Ich sage, was er sagt. Ich sage, was er sagt.